während der weihnachtsfeier beschloss meine schwiegermutter mich auf unerwartete weise anzugreifen sie schüttete mit giftigem gesichtsausdruck heißen tee auf mich und schrie lass dich von meinem sohn scheiden oder ich werde dich vernichten der schock lähmte mich und ich rannte hilfesuchend zu meinem mann in der hoffnung daß er eingreifen würde doch was er dann tat war absolut schockierend und unerwartet als er sie zur rede stellte unternahm er etwas das niemand vorhersehen konnte und brachte meine schwiegermutter in eine situation die sie in panik versetzt hätte mein name ist julia seit ich rodrigo geheiratet habe fühle ich mich als hätte ich auch seine ganze familie geheiratet aber anstatt willkommen geheißen zu werden wurde ich auf schritt und tritt beobachtet und geprüft als ob ich eine art versteckten test bestehen müsste um als würdig zu gelten martha meine schwiegermutter legte immer wert darauf dass ich mich unwohl fühlte sie musste nie offen grausam sein jedenfalls nicht am anfang die stiche waren subtil wie diese nadeln die man erst bemerkt wenn es zu spät ist um sich zu schützen zuerst versuchte rodrigo das ganze herunter zu spielen indem er sagte daß seine mutter mit allen so umgehe und ich es nicht persönlich nehmen solle ich versuchte ihm zu glauben ich versuchte mir einzureden daß mit der zeit alles besser werden würde aber die zeit brachte nur noch mehr schmerz ich konnte das kalte glitzern in ihren augen sehen die feindseligkeit die nie verschwand für martha schien ich in ein gebiet eingedrungen zu sein von dem sie glaubte dass es ausschließlich ihr gehörte das herz ihres sohnes und jetzt war ich hier auf dem höhepunkt eines weiteren weihnachtsfestes der geruch von gebratenem truthahn erfüllte das haus auf eine gemütliche art und weise aber ich spürte einen knoten in meinem magen ich wusste dass martha egal wie gut ich mich benahm oder wie sehr ich mich bemühte es ihr recht zu machen einen weg finden würde mich in die schranken zu weisen die ich ihrer meinung nach verdiente ich sah rodrigo an als er seine krawatte im spiegel zurecht drückte er sah so unbeschwert aus so in weihnachtsstimmung daß ich mich einen moment lang egoistisch fühlte weil ich nicht in der lage war dasselbe zu tun liebling du siehst wunderschön aus sagte er und lächelte mich an ohne den wirbelwind in mir zu bemerken ich zwang mich zu einem lächeln und versuchte das unbehagen zu unterdrücken es war als würde ich mir eine rüstung anlegen jedes scheinbar harmlose kompliment das martha mir machte war in wirklichkeit eine art mich herabzusetzen und mich daran zu erinnern dass ich in ihren augen nie genug sein würde das spiel würde beginnen sobald ich das haus betrat und ich wusste dass der kampf bald beginnen würde wir kamen in ihrem haus an das bereits voller verwandter war martha begrüßte uns mit ihrem perfekten lächeln einer maske die verbarg das in ihr ein ganzes arsenal an provokationen lauerte die umarmung die sie mir gab war kalt und distanziert als ob sie ein gesellschaftliches protokoll erfüllen würde julia schatz was für ein schönes kleid sehr schlicht aber es steht dir sagte sie und analysierte mich von oben bis unten die anspielung war klar ich wusste schon immer dass ich für martha nie anspruchsvoll genug sein würde nicht wie sie die frau die perfekte dinnerpartys organisierte deren haus immer makellos war und die ihr äußeres unberührt ließ danke martha erwiderte ich und tat so als würde ich das gift in diesen worten nicht bemerken ich lächelte ein leeres aber notwendiges lächeln rodrigo hat natürlich nichts gemerkt das tat er nie er war damit beschäftigt seine onkel und cousins zu begrüßen und diese vertraute welt zu betreten die für ihn so gemütlich war wie eine warme umarmung für mich war es als würde ich einen raum voller unsichtbarer fallen betreten und martha war die jägerin die auf den richtigen moment wartete um den abzug zu betätigen im laufe des abends kamen die gespräche zwischen gelächter und trinksprüchen in fluss ich beobachtete wie martha die immer im mittelpunkt stand die konversation kontrollierte und entschied wer sprach und worüber einmal als ich den gästen noch mehr wein einschenkte warf sie mir diesen kritischen blick zu der jede meiner bewegungen abzuwägen schien schmeckt dir der wein julia dann hättest du vielleicht lieber etwas einfacheres rodrigo hat mir erzählt dass du kein großer fan von raffinierten weinen bist kommentierte sie mit einem lächeln das ihre augen nicht erreichte ich wusste dass rodrigo das nie gesagt hatte aber ich lächelte nur höflich eigentlich gefällt er mir sehr gut martha vielen dank ihre worte waren immer mit freundlichkeit überzogen in den augen derer die nicht wussten was hinter den kulissen vor sich ging war martha eine hingebungsvolle aufmerksame fast perfekte mutter aber ich kannte die wahrheit sie brauchte nur eine gelegenheit einen funken um diese nacht in etwas unerträgliches zu verwandeln und ich konnte spüren wie dieser funke immer näher kam während des abendessens fragte ich mich wann marthas maske fallen würde ich wusste dass ich mich nicht eine sekunde lang entspannen konnte und je mehr minuten vergingen desto fester wurde der knoten in meinem magen die festliche stimmung konnte mich nicht erreichen und ich stand da allein inmitten eines stillen krieges den niemand zu sehen schien ich hoffte nur dass ich auf das vorbereitet war was martha in dieser nacht für mich geplant hatte und tief in meinem inneren wusste ich dass sie gerade erst damit angefangen hatte der speisesaal war makellos wie immer martha hatte dafür gesorgt dass alles eine magazine cover würdig war das besteck glänzte im licht der kronleuchter die kristallpokale waren perfekt ausgerichtet und die teller mit fast zwanghafter sorgfalt dekoriert aber für mich war das alles nur eine optische ablenkung um das gift in der luft zu überdecken wir setzten uns an den tisch und ich stellte mich neben rodrigo um mich in seiner nähe wohl zu fühlen er versuchte immer die dinge auf die leichte schulter zu nehmen aber ich wusste dass seine position als vermittler bald wieder auf die probe gestellt werden würde martha saß natürlich am kopfende des tisches wie eine königin die ihr königreich kontrolliert sie war immer darauf bedacht im zentrum der aufmerksamkeit und der macht zu stehen und an diesem abend spürte ich dass die kontrolle ihr hauptziel war die ersten unterhaltungen begannen ganz zwanglos wir sprachen über die ereignisse des jahres die kinder der anderen verwandten reisen und zukunftspläne ich beteiligte mich mit kurzen antworten ohne mich zu sehr zu exponieren ich war da aber gleichzeitig hielt ich abstand als ob ich vermeiden wollte zur zielscheibe von etwas zu werden von dem ich wusste dass es kommen würde ich wusste dass martha auf den richtigen moment wartete und ich konnte spüren wie ihre augen mich analysierten und auf eine gelegenheit warteten in diesem moment zwischen einem toast und einem anderen entschied sich martha den mund zu öffnen rodrigo schatz hast du allen von deiner neuen position in der firma erzählt die frage kam mit einem kalkulierten lächeln der stolz in ihrer stimme war echt aber da war noch etwas anderes das war immer so ich habe ihm gesagt dass ich nichts geringeres als eine beförderung akzeptieren würde jemand mit dem talent meines sohnes hat es schließlich verdient anerkannt zu werden rodrigo lächelte mit der bescheidenheit die ich so an ihm liebte bescheiden und begann von dem neuen projekt zu erzählen an dem er gerade arbeitete während er sprach bemerkte ich wie martha ihn mit einem schimmer von anerkennung in den augen ansah als ob er seinen erfolg nur ihr zu verdanken hätte und du julia wie läuft es in deiner praxis die frage war mit falscher neugierde verbunden so war es immer martha hat sich nie wirklich für meine arbeit als psychologin interessiert für sie war mein beruf etwas nebensechtliches ein detail das sie mit einem anflug von überlegenheit tolerierte für sie war es die eigentliche arbeit sich um ein haus einen mann und eine familie zu kümmern es läuft gut ja ich konnte schon vielen menschen helfen und das erfüllt mich antwortete ich mit der festesten stimme die ich aufbringen konnte ich wusste dass die frage nicht unschuldig war ja das kann ich mir vorstellen es muss schön sein einen job zu haben der nicht so viel abverlangt damit du dich mehr rodrigo widmen kannst nicht wahr sagte sie und warf einen blick auf den tisch obwohl wenn ich so darüber nachdenke ist es vielleicht sogar wichtig dass du etwas hast das dich ablenkt der seitenhieb war subtil aber scharf wieder einmal war die botschaft klar meine arbeit war für sie unbedeutend sie sah meine bemühungen als sinnlos und unnötig an als etwas das mich von meiner eigentlichen aufgabe ablenkte nämlich ihrem mann zu dienen ich spürte ein stechen in der brust aber ich behielt meine neutrale mine bei sie wollte mich verärgern und dieses vergnügen würde ich ihr nicht bereiten rodrigo bemerkte jedoch die subtilität der bemerkung er schaute seine mutter an und einen moment lang dachte ich er würde etwas sagen aber er zögerte er drückte nur meine hand unter dem tisch in einer tröstenden geste dieser händedruck war zwar liebevoll aber er reichte nicht aus um das gefühl der isolation zu vertreiben das ich in diesem moment empfand ich war allein auf diesem emotionalen schlachtfeld ich bewundere julias engagement für ihre arbeit sagte rodrigo schließlich und versuchte das gespräch wieder auf neutrales terrain zu bringen sie hat das leben der menschen sehr verändert martha ließ sich jedoch nicht beirren natürlich natürlich aber man darf nicht vergessen dass eine ehe zeit und aufmerksamkeit braucht manchmal verlieren sich die leute in ihren karrieren und vergessen was wirklich wichtig ist ich wusste dass dies keine einfache bemerkung über die vereinbarkeit von beruf und familie war es war eine versteckte kritik eine andeutung dass ich mich nicht genug um die ehe kümmere mit jedem wort dass sie sagte hatte ich das gefühl dass sich eine neue schicht druck auf meinen schultern aufbaute die unterhaltung am tisch ging weiter aber ich konnte nicht mehr verfolgen was die anderen sagten das geräusch der stimmen wurde immer leiser und wurde von meinen eigenen gedanken übertönt martha trieb mich stück für stück an den rand des abgrunds sie wusste schon immer wie man das macht mit kleinen provokationen und versteckter kritik bis ich kurz davor war eine reaktion zu zeigen die sie gegen mich verwenden konnte zwischen dem lachen und den trinksprüchen spürte ich wie die spannung zwischen uns zunahm es war als würde martha die bühne für etwas größeres bereiten etwas das noch kommen sollte ich wusste nur nicht wann sie ihren nächsten schritt machen würde aber ich war mir sicher dass sie das abendessen nicht beenden würde ohne einen weiteren versuch zu unternehmen mich zu destabilisieren ich musste ruhig bleiben meine atmung und meinen verstand kontrollieren ich wollte ihr nicht das vergnügen bereiten mich schwanken zu sehen aber gleichzeitig war jede sekunde am tisch ein test für meine ausdauer wie lange konnte ich meine haltung noch aufrechterhalten bevor martha beschloss endgültig abzudrücken die nächsten paar stunden würden entscheidend sein ich wusste mit einer beunruhigenden gewissheit dass martha noch nicht alle ihre karten aufgedeckt hatte die spannung war greifbar fast erdrückend jede sekunde am tisch schien sich in die länge zu ziehen als ob die zeit sich verschworen hätte die qualen zu verlängern ich wusste dass martha sich darauf vorbereitete ihren letzten schlag auszuführen ich wusste nur nicht wann und wie das geräusch von besteck das auf die teller trifft das gemurmel von belanglosen gesprächen alles schien von meinen gedanken übertönt zu werden mit jedem neuen wort das sie aussprach spürte ich wie die luft schwerer wurde als würde der raum mich einschließen dann kam die stille eine dieser schweren stille in der jede bewegung kalkuliert ist und niemand so recht weiß was er sagen soll es war die art von stille die etwas unvermeidlichem vorausgeht und als martha schließlich vom tisch aufstand mit dieser hochmütigen haltung in der sie den silbernen kessel hielt wusste ich dass der moment gekommen war noch tee julia sagte sie mit einem kalten lächeln auf den lippen und hielt den kessel wie eine trophäe in ihren augen lag ein dunkles glitzern als ob sie die vorfreude auskostete weißt du schatz manchmal frage ich mich ob du wirklich bereit bist für die verantwortung die du als frau meines sohnes trägst die ehe ist nichts was man so leicht nimmt dieses wort leichtigkeit war wie ein messer in meiner ohnehin schon angegriffenen geduld ich wusste was sie meinte ich wusste dass nichts was ich tat für sie genug war ich war nicht gut genug für rodrigo und das würde ich auch nie sein in ihren augen war mein platz in der familie nur vorübergehend wie ein ungebetener gast der nur so lange da ist bis er rausgeschmissen wird ich holte tief luft und versuchte mich zu beherrschen nicht zu reagieren nicht auf ihre provokationen hereinzufallen aber martha wusste wie immer genau wie und wo sie zuschlagen musste sie näherte sich mit langsamen kalkulierten schritten und goss den tee mit einer fast theatralischen bewegung in meine tasse dann lehnte sie sich zu mir ihre stimme war leise aber scharf wie eine klinge du solltest darüber nachdenken rodrigo zu verlassen um seinetwillen natürlich eine frau wie du wird nie genug sein der schock lähmte mich einen moment lang das war keine subtile andeutung mehr das war eine direkte drohung ihre worte durchdrangen die stille und selbst wenn niemand sonst sie gehört hatte war ihre wirkung verheerend ich spürte wie mir die hitze in die wangen stieg und mein herz in meiner brust pochte aber bevor ich reagieren konnte bevor ich überhaupt verarbeiten konnte was sie gesagt hatte geschah alles ganz plötzlich martha die immer noch den wasser kocher in der hand hielt drehte sich unerwartet schnell um und schüttete den heißen tee wie in einer unachtsamen bewegung direkt auf mich die kochende flüssigkeit berührte meine haut und verbrannte meinen arm und der schmerzschock kam sofort ein unwillkürlicher schrei entwich meinen lippen und die tasse fiel zu boden wobei porzellansplitter überall verstreut wurden der ganze raum erstarrte für einen moment schien alles in der zeit still zu stehen das geräusch der zerbrochenen tasse halte nach und die blicke aller familienmitglieder waren auf uns gerichtet martha zeigte jedoch kein bedauern im gegenteil ihr blick war fest kalt und voller perverser befriedigung sie hatte eine grenze überschritten und das wusste sie aber das war ihr egal es gab keine entschuldigung keinen versuch die tat zu verschleiern in diesem moment sagte sie vor allen anwesenden die worte die ihr schicksal besiegelten lass dich von meinem sohn scheiden oder ich werde dich vernichten mein atem setzte für eine sekunde aus die stille im raum war jetzt anders nicht mehr die vorfreude auf etwas sondern der nachhall einer explosion ihre worte halten in meinem kopf wieder immer und immer wieder während der schmerz in meinem arm zu verschwinden schien und durch eine welle der empörung und wut ersetzt wurde von der ich nicht wusste dass sie in mir existiert doch bevor ich etwas sagen konnte bevor ich überhaupt verarbeiten konnte was gerade passiert war sah ich rodrigo er stand regungslos da die augen vor schreck geweihtet sein gesicht war blass und die ungläubigkeit stand ihm ins gesicht geschrieben eine sekunde lang wollte ich nur dass er etwas sagt dass er mich verteidigt dass er etwas unternimmt aber er war wie erstarrt und diese sekunde des zögerns tat mehr weh als der tee selbst der meine haut verbrannte die leute um uns herum begannen zu murmeln als hätten sie gerade erst realisiert was passiert war martha jedoch bewegte sich nicht sie stand hochmütig da als wäre sie eine eisstatue und wartete auf eine reaktion von mir ich konnte in ihren augen sehen dass sie irgendwie glaubte dass sie damit die kontrolle hatte und dass ich jetzt in der falle saß doch in diesem moment veränderte sich etwas in mir der schmerz die demütigung die ständige verachtung all das verschmolz zu etwas stärkerem ich würde nicht länger ein stummes opfer von martha's manipulationen sein ich würde nicht zulassen dass sie mir das kaputt macht was ich mit rodrigo hatte und vor allem würde ich nicht zulassen dass sie zerstört wer ich war ich stand langsam auf spürte die wärme der flüssigkeit die noch immer mein kleid durchtränkte aber ich weigerte mich schwäche zu zeigen martha starrte mich an und wartete darauf dass ich nachgab dass ich dem druck nachgab aber stattdessen starrte ich sie an meine augen waren nun auf die ihren gerichtet und da sagte ich mit leiser aber fester stimme martha du kannst versuchen mich zu zerstören aber ich gehe nirgendwo hin rodrigo ist mein mann und ich habe keine angst vor dir ihre reaktion kam sofort das lächeln verschwand und zum ersten mal seit ich sie kennengelernt hatte zeigte sich ein schock in ihrem gesicht sie hatte erwartet dass ich zusammenbreche dass ich bettel aber sie war nicht auf meinen widerstand vorbereitet und in diesem moment wusste ich dass sich etwas verändert hatte nicht nur zwischen uns sondern auch in mir die stille im raum war jetzt schwer und angespannt alle warteten auf den nächsten schritt ich sah rodrigo an und wartete immer noch auf seine reaktion seine verteidigung aber er sah genauso erschüttert aus wie alle anderen als wüste er nicht was er tun sollte und in diesem moment wurde mir klar es war an der zeit dass er eine entscheidung traf die stille die auf meine aussage folgte schien endlos zu sein eine erstickende schwebe in der luft ich spürte noch immer die hitze des kochenden tees auf meiner haut aber der körperliche schmerz war nichts im vergleich zu dem wirbelsturm der gefühle der mich überwältigte meine erklärung war eine herausforderung gewesen nicht nur für martha sondern auch für rodrigo ich brauchte ihn um stellung zu beziehen ich musste wissen dass er auf meiner seite war aber egal wie sehr meine augen nach einem zeichen suchten rodrigo blieb starr er hatte kein einziges wort gesagt sein schweigen machte alles wett was martha hätte tun können sie hatte mich angegriffen und gedemütigt und jetzt war nur noch seine reaktion übrig das war der moment in dem er sich endlich entscheiden musste auf wessen seite er stand ich konnte den konflikt in seinen augen sehen als ob er in entgegengesetzte richtungen gezogen wurde loyalität zu seiner mutter die immer eine starke und bestimmende präsenz in seinem leben war und liebe zu mir seiner frau ich konnte spüren dass alle augen im raum auf uns beide gerichtet waren das diskrete gemurmel der anderen gäste schien jetzt weit weg unbedeutend der fokus lag auf ihm was würde rodrigo tun was würde er sagen martha sagte nichts sie sah mich nur mit einer akribischen kälte an ihre dünnen lippen verzogen sich zu einem angedeuteten lächeln als wäre sie sich sicher dass rodrigo zögern würde dass er an ihre seite zurückkehren würde ich konnte in ihren augen das machtspiel sehen von dem sie glaubte es gewonnen zu haben als ob dies nur ein weiterer kontrollierter zug in ihrer langen strategie der manipulation wäre in diesem moment bewegte sich rodrigo endlich er holte tief luft schloss kurz die augen und als er sie wieder öffnete sah ich etwas anderes in ihnen ein aufblitzen von entschlossenheit von entscheidung es war als wäre etwas in ihm zerbrochen oder vielleicht sogar ausgebrochen er stand langsam auf seine bewegungen waren schwer als ob er die last einer schwierigen entscheidung zu tragen hätte und dann zu meiner überraschung sprach er seine stimme klang fest aber mit einer spannung die zu explodieren schien mama begann er und sein tonfall war so ernst dass sogar martha verblüfft zu sein schien genug martha blinzelte verwirrt es war als hätte sie nicht verstanden was er gerade gesagt hatte sein überlegenes lächeln verschwand und wurde durch einen ungläubigen gesichtsausdruck ersetzt was was meinst du mit genug rodrigo hob die hand um zu signalisieren dass er nicht bereit war zu diskutieren ich sagte genug ich habe mir das lange genug gefallen lassen ich habe dich mit deinen sticheleien deinen provokationen und deiner art alles zu kontrollieren auch meine ehe davon kommen lassen aber heute bist du zu weit gegangen martha starrte ihn ungläubig an ihre augen verengten sich sie war es nicht gewohnt herausgefordert zu werden schon gar nicht von ihrem eigenen sohn ist das dein ernst rodrigo ich bin deine mutter ich habe immer alles für dich getan ich habe dich großgezogen ich war immer an deiner seite und jetzt sagst du mir genug wegen ihr das wort sie wurde wie gift ausgespuckt martha glaubte immer noch dass der kampf zwischen ihr und mir stattfand als ob ich ein eindringling wäre der ihr das kind wegnehmen wollte aber in diesem moment hatte sich etwas verändert ich war nicht mehr dieselbe frau die sie jahrelang gedemütigt hatte und zum ersten mal schien es dass auch rodrigo anders war ja mama wegen julia sie ist meine frau antwortete er fest und mit einer klarheit die keinen zweifel zuließ und du wirst sie nicht mehr so behandeln ich werde nicht zulassen dass du versuchst unsere ehe zu zerstören seine worte halten im raum wieder ich spürte ein enge gefühl in meiner brust eine mischung aus erleichterung und überraschung rodrigo hat noch nie auf diese weise mit seiner mutter gesprochen er hatte immer versucht der vermittler der friedensstifter zu sein und eine direkte konfrontation zu vermeiden aber jetzt hier vor alle augen bezog er endlich stellung und zwar zu meinen gunsten martha schwieg einen moment lang und verarbeitete die worte ihres sohnes ihre augen weiteten sich und einen moment lang dachte ich sie würde vor wut explodieren aber was dann kam war noch schockierender sie lachte ein leises bitteres lachen das durch den raum schallte als würde etwas zerbrechen sie schaute rodrigo mit einer mischung aus verachtung und ungläubigkeit an als könnte sie nicht glauben was gerade passiert das war's also du entscheidest dich für sie und nicht für mich rodrigo holte tief luft seine schultern waren angespannt es geht nicht um die wahl zwischen dir und julia mama es geht darum was richtig ist und was du heute getan hast war falsch total falsch martha schüttelte den kopf als wolle sie es leugnen sie versuchte sich zusammenzureißen aber es war offensichtlich dass die kontrolle die sie immer über rodrigo ausgeübt hatte bröckelte ich habe getan was jede mutter tun würde ich beschütze dich diese frau wird nie gut genug für dich sein sie versteht nicht wie es ist teil dieser familie zu sein diese worte trafen mich wie ein schlag aber bevor ich reagieren konnte machte rodrigo einen weiteren schritt nach vorne sie gehört jetzt zu meiner familie mama das musst du verstehen und wenn du julia nicht respektieren kannst dann wirst du auch nicht teil unseres lebens sein das schweigen das folgte war noch größer als zuvor martha wirkte zum ersten mal seit ich sie kenne völlig verloren sie hatte immer alles unter kontrolle hatte immer gewusst wie sie jede situation zu ihren gunsten manipulieren konnte aber jetzt war ihre macht über rodrigo gebrochen der schock darüber stand ihr ins gesicht geschrieben stößt du mich weg rodrigo ihre stimme war jetzt leiser fast schwankend sie sah ihr reich vor ihren augen zerbröckeln und wusste nicht wie sie damit umgehen sollte rodrigo sah ihr entschlossen ins gesicht aber in seinem blick lag traurigkeit ich will das nicht mama aber wenn du weiterhin versuchst meine ehe zu zerstören dann werde ich dich verlassen denn ich entscheide mich für julia immer diese letzten worte schienen durch das ganze haus zu hallen ich spürte wie mir die tränen in den augen brannten aber ich hielt mich zurück dies war nicht der richtige zeitpunkt um schwäche zu zeigen rodrigo hatte seine wahl getroffen er hatte mich gewählt martha stand regungslos da ihre lippen zitterten leicht sie sagte nichts weiter sondern sah mich nur mit einer mischung aus hass und hilflosigkeit an als würde sie versuchen die tatsache zu verarbeiten dass sie zum ersten mal die kontrolle verloren hatte rodrigo drehte sich zu mir um hielt mir die hand hin und zog mich ohne ein wort zu sagen sanft aus dem zimmer als wir durch die tür gingen spürte ich das gewicht dieses moments auf uns beiden es war das ende von etwas aber auch der beginn einer neuen phase eine ehe die frei von martas schatten ist als ich das haus verließ atmete ich die frische nachtluft ein zum ersten mal seit langer zeit fühlte ich mich wirklich frei und als ich rodrigo ansah wusste ich dass es ihm genauso ging die frische nachtluft war eine wohltat für meine haut die noch empfindlich von dem heißen tee war den martha über mich gegossen hatte aber die wirkliche erleichterung kam von der emotionalen last die sich aufgelöst zu haben schien rodrigo hatte sich für mich entschieden er hatte einen endgültigen standpunkt eingenommen als wir zum auto gingen war rodrigo still aber es war nicht dasselbe schweigen wie vorher es war als hätte er endlich die kontrolle über sein leben übernommen und damit war auch etwas zwischen uns beiden gefestigt wir stiegen ins auto und er stieß einen tiefen seufzer aus der blick in seinen augen sagte mir mehr als alle worte es könnten er spürte die erleichterung aber auch den schmerz einen wichtigen teil seines lebens zurückzulassen seine mutter es tut mir leid julia sagte er und brach das schweigen ich hätte es schon früher tun sollen ich berührte seine hand am lenkrad du hast getan was du tun musstest und das ist das wichtigste auf der fahrt zu unserem haus herrschte eine stille die im gegensatz zu dem sturm in der nacht stand ich wusste dass nichts mehr so sein würde wie es war und dieser gedanke war zwar etwas beängstigend aber auch befreiend martha war aus unserem leben verschwunden und jetzt mussten wir nur noch weiter ziehen als wir zu hause ankamen fühlten wir uns in der vertrauten umgebung wohl die stille in unserem haus war anders es gab keine schatten von martha oder den unsichtbaren druck ihrer manipulationen rodrigo zog mich zu sich aufs sofa und wir saßen schweigend da und genossen den moment der ruhe glaubst du sie wird versuchen zurückzukommen fragte er mit einem hauch von unsicherheit wir wussten dass martha sich in nächster zeit nicht ändern würde sie war nicht der typ der fehler zu geben würde und die niederlage in dieser nacht würde sie nie vergessen sie kann es versuchen aber nicht aus reue antwortete ich wenn sie zurückkommt wird sie versuchen die kontrolle zurück zu gewinnen und darauf müssen wir vorbereitet sein rodrigo nickte nachdenklich er wusste dass ich recht hatte aber er wusste auch dass es nicht einfach sein würde sich von ihr zu trennen sich von jemandem zu trennen der ihn großgezogen und geprägt hatte war eine schwere emotionale belastung aber er war fest entschlossen weiter zu machen in den nächsten tagen bestätigte marthas schweigen was ich mir schon gedacht hatte kein anruf kein versuch sie zu kontaktieren für sie war es unerträglich die kontrolle über rodrigo zu verlieren allmählich kehrten wir in unsere routine zurück ich im büro er bei der arbeit aber zwischen uns herrschte eine neue leichtigkeit unsere beziehung endlich frei von marthas schatten blühte auf es gab ein neues vertrauen eine komplizenschaft wie sie nur in einer krise entstehen kann wir blickten nicht mehr mit verbitterung auf die vergangenheit sondern mit hoffnung in die zukunft von martha habe ich gehört dass sie sich isoliert hat aber das hat mich nicht überrascht die kontrolle die sie so sehr schätzte war ihr genommen worden und das war für sie die größte strafe aber so schwer es auch war wir wussten dass wir die richtige entscheidung getroffen hatten jetzt waren wir nur noch zu zweit und das reichte mir